Was gibt es bei euch, wo er sagt, da arbeiten wir in die Zukunft rein? Gibt es irgendwelche Projekte, wo Sie sagen, das präsentieren wir in der nächsten InnoTrans oder in zehn Jahren? Was gibt es da? Wir arbeiten eigentlich immer sehr stark mit unseren Kunden zusammen und versuchen auch kundenbezogen eben dann Projekte durchzuführen und auf die Kundenwünsche einzugehen. Von dem her ist es jetzt schwierig zu sagen, in zwei Jahren fahren wir mit etwas ganz Neuem auf. Das wird sich dann jetzt in der nächsten Zeit geben. Es gibt schon Projekte natürlich wie immer, aber man kann eben noch nicht genau sagen, in welche Richtung das jetzt geht. Aber wir sind immer am Ball dran und schauen, dass wir unsere Produkte dementsprechend natürlich weiterentwickeln.